Wie einige von euch sicherlich wissen werden, bin ich nicht nur auf YouTube, sondern auch auf TikTok aktiv. Und hier hat ein Zuschauer, nachdem er sich das Video zur Finanzierung des Wahlprogramms der FDP angesehen hat, kommentiert, hey, du kannst dir das doch im Handelsblatt durchlesen, da begründet Christian Lindner, wie er sein Wahlprogramm finanzieren will. Also bin ich auf diesen Vorschlag eingegangen und habe mir das Interview durchgelesen. Und, was soll ich sagen, ich habe keine Erklärung dafür gefunden, wie die FDP ihr Programm finanzieren will. Dafür andere, teils seltsam anmutende Behauptungen von Lindner, die wesentlich erhellender sind als das, was er noch am Ende des Sommerinterviews gesagt hat, weshalb sich der dritte Teil dieser Trilogie um das Interview mit dem Handelsblatt drehen wird. Aber ich will hier gar nicht lange um das Thema drumherum reden, beginnen wir mit dem Interview. Das Handelsblatt fragt nun, die FDP fordert einen Entfesselungspakt für die Wirtschaft. Wie soll der aussehen? Lindners Antwort besteht leider nur aus Allgemeinplätzen und Phrasen, die nicht sonderlich aufschlussreich sind. Aber wir können uns ungefähr herleiten, wie der aussehen soll, wenn wir uns die schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen ansehen. Deren Entfesselungspakt bestand größtenteils daraus, das Tariftreue- und Vergabegesetz zu beschneiden. Die grünen Abgeordneten Sven Giegold und Berivan Eimertz schreiben dazu Folgendes. Das heißt konkret, Steuergelder können dann auch an Firmen fließen, bei denen ausbeutelische Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder die Missachtung von Klima- und Umweltschutz an der Tagesordnung sind. Abschaffung der Berücksichtigung von Sozialverträglichkeit, Frauenförderung, Umweltschutz und Energieeffizienz bei Einkäufen über 20.000 Euro. All das soll gestrichen werden. Die öffentliche Hand soll außerdem wieder ohne Rücksicht auf ausbeutelische Kinderarbeit und die internationalen IAO-Kernarbeitsnormen ihre Einkäufe tätigen können. Globale Verantwortung und eine menschenrechtsorientierte Politik sehen anders aus. Also nochmal, Armin Laschet und Christian Lindner haben dafür gesorgt, dass das Land Nordrhein-Westfalen künftig wieder Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit bezieht. Naja, ein Hoch auf die Entbürokratisierung und den Entfesselungspakt würde ich an dieser Stelle mal sagen. Aber weiter zur nächsten Frage des Handelsblattes. Sie haben einen Investitionspakt für Deutschland angekündigt. Die Wirtschaft soll um 60 Milliarden Euro entlastet werden, um so 120 Milliarden Euro Investitionen zu mobilisieren. Wie wollen Sie sicherstellen, dass es dazu auch kommt? Lindners Antwort jetzt. Viele würden stärker investieren, wenn man ihnen die Mittel belässt, um den Standort insgesamt attraktiver macht. Das ist jetzt tatsächlich eine Verdrehung makroökonomischer Zusammenhänge. Denn Unternehmen investieren, wenn es mehr Nachfrage gibt. Und nicht, wenn sie mehr Geld zur Verfügung haben, weil man ihnen beispielsweise die Steuern gesenkt hat. Jetzt kommt tatsächlich eine kritische Nachfrage des Handelsblattes. Trotzdem ist ihr Hebel von 100% nicht arg optimistisch? Wir stützen uns auf die empirische Wirtschaftsforschung oder Empfehlungen des Kronberger Kreises. Dort geht man teilweise sogar von noch größeren Hebeln aus. Das Problem dabei ist, dass Lindner jetzt keine konkrete Studie sagt, wo der Kronberger Kreis das festgestellt hat, sondern nur allgemein auf Empfehlungen verweist. Also gucken wir uns jetzt auch keine konkrete Studie an, sondern mal, wer hinter diesem Kronberger Kreis steht und ob der so seriös ist. Der Kronberger Kreis ist nämlich der wissenschaftliche Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, deren Finanzierung zwar etwas intransparent ist, die aber immer wieder Studien herausgibt, die alle klar in eine wirtschaftsliberale Richtung zeigen. Bei ihrer Gründung gehörte die Stiftung Marktwirtschaft zum Stockholm-Netzwerk, ein Verbund ganz vieler neoliberaler Denkfabriken überall auf der Welt. Also die politische Schlagseite dieser Experten ist schon mal relativ eindeutig, aber gucken wir uns mal an, wer da alles genau drin sitzt. Da wäre zum einen der ehemalige Wirtschaftsweise Lars P. Feld. Er ist Mitglied in der Morpelleron-Gesellschaft, der größten neoliberalen Lobbyorganisation der Welt und Mitglied der Ludwig-Erhard-Stiftung, einer Stiftung, die mit vielen ehemaligen CDU- und FDP-Politikern durchsetzt ist und von Ludwig Erhard gegründet wurde. Nächstes Mitglied des Kronberger Kreises ist der ehemalige Chef des Bundeskartellamts Justus Haukab. Er ist auch Mitglied in der Ludwig-Erhard-Stiftung und Mitglied des Landwirtschaftssenats des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft, des größten Unternehmerverbandes Deutschlands. Wirklich krasseste Fall von offenkundigem Lobbyismus im Kronberger Kreis ist der Vorsitzende des IFO-Instituts, Clemens Fuß, Er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsrates der CDU. Der Wirtschaftsrat der CDU ist eine Lobbyorganisation der Arbeitgeber, die wie ein Parteigremium innerhalb der CDU funktioniert und in die CDU reinwirkt, aber so intransparent organisiert ist wie eine Lobbyorganisation. Ich kann da nur die Folge von der Anstalt zu empfehlen, die ich auch im angepinnten Kommentar und in der Beschreibung verlinken werde. Zudem ist Fuß noch Mitglied des Aufsichtsrats und des wissenschaftlichen Beirats bei Ernst & Young. Und er ist Autor bei der INSM, also der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist eine Lobbyorganisation der Metallarbeitgeber. Und außerdem ist er noch Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Stiftung Familienunternehmen. Das ist eine Lobbyorganisation mehrerer großer deutscher Unternehmen, die sich vor allem gegen eine höhere Erbschaftssteuer einsetzen. Auch hier kann ich euch die Folge von Die Anstalt zum Neoliberalismus nur empfehlen. Also Clemens Fuß ist anscheinend ein ziemlich vielbeschäftigter Mann. Er ist ja außerdem noch Vorsitzender des IFO-Instituts und sitzt auch noch in diversen anderen Organisationen. Aber hier waren nur die wichtigsten Lobbyorganisationen dabei. Nun kann man also sagen, dass drei der sechs Mitglieder des Kronberger Kreises in neoliberalen Lobbyorganisationen sitzen. Das würde ich mal als gekaufte Wissenschaft bezeichnen. Naja, kommen wir jetzt zu Lindners nächste Aussage. Die letzte große Steuerreform, die von Rot-Grün mit Zustimmung der FDP beschlossen wurde, hat die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands verbessert und Investitionen gestärkt. Nun, das ist jedenfalls Lindners Aussage. Mal gucken, ob die so stimmt. Man kann das ja anhand der Investitionsquote ablesen, ob das Investitionen wirklich gestärkt hat. Und hoch, die Investitionsquote ist nach der Steuerreform stark gefallen. Nein, Mensch, also ist das wohl eine dreiste Lüge von Lindner. Und das fasst auch ziemlich gut zusammen, wie Lindner sonst so argumentiert. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen über das Sommerinterview schon gesehen, dass er immer wieder lügt. Zudem benutzt er wirklich ekelhafte Euphemismen. Er bezeichnet die Missachtung von Menschenrechten, wie das Verwenden ausbeuterischer Kinderarbeit, als Entfesselungspaket. Und er sieht offenbar befangene Experten, die eigentlich Vertreter von Lobbyinteressen sind, als seriöse Ökonomen an, die er einfach mal so in einem Interview zitieren kann. Das Problem war, dass das Handelsblatt in diesem Interview viel zu wenig kritisch nachgefragt hat. Man hätte Lindner ja auf diese angeblichen zusätzlichen Investitionen ansprechen können und er hätte dann keine Begründung mehr liefern können. Man hätte das also ziemlich leicht dekonstruieren können. Zudem wurden offensichtliche Falschbehauptungen von Lindner, wie das mit der Steuerreform von Rot-Grün, nicht korrigiert. Dass das das Handelsblatt hier gemacht hat, ist offensichtlich das Gegenteil von Qualitätsjournalismus. Eigentlich schade. Denn solche interessanten Interviews versteckt das Handelsblatt gerne mal hinter einer Paywall. Und wenn sie wirklich so schlechte Interviewführung weiterhin an den Tag legen, dann wird es auch immer weniger Leute geben, die dafür bereit sein werden, Geld zu zahlen. 衝en sich auch immer natürlich mit einem einfachen Falschbehaupt Thäun. Untertitelung des ZDF, 2020